Sehr, sehr gut. Meine Arbeit liegt nun ja schon ein bisschen zurück. Ich habe 2012 meine Abschlussarbeit eingereicht und es ist ein tolles Gefühl, wenn man einfach nach über einem Jahr die Arbeit noch mal so honoriert bekommt, außerhalb von der Uni, dass es eben auch in der Wirtschaft eine Relevanz hat. Das ist sehr schön. Es geht darum, dass es immer wichtiger wird, den Besucher, der auch auf eine Messe kommt, klarer definieren zu können und da eine klarere Zielgruppe abstecken zu können. Und wenn man nähere Hintergrundinformationen zum Besucher hat und die dann auch in der Datenbank speichert, kann man gezielt erwerben und auch gezielt auf die Bedürfnisse von dem Besucher reagieren. Und ganz oft ist es bei Messegesellschaften so, dass sie zwei Informationen haben, sie aber nicht richtig speichern und nicht richtig nutzen. Und meine Arbeit ging einfach darum, wie man das effektiv machen kann und wie man so den optimalen oder die meisten größtmöglichen Nutzen aus den Daten, die bereits existieren, ziehen kann.